Servus, mein Name ist Hans-Martin Rieder und das ist meine One-Minute-Homily-Lichtbringer. Jesus gibt uns im heutigen Evangelium einen Auftrag. Ihr seid das Licht der Welt. Gefühlt gibt es ja in dieser Welt aktuell nur Krisen. Und deswegen ist dieser Auftrag, glaube ich, umso wichtiger. Licht in der Welt zu sein, Lichtbringer zu werden und etwas Gutes zu tun. Und ich bin überzeugt, dass da ein jeder etwas beitragen kann, auch du. Überleg doch mal, wo in deinem Leben kannst du etwas Gutes tun? Wem kannst du etwas Gutes tun? Ob du ihn kennst oder nicht? Wenn wir das alle anfangen und den Auftrag Jesu befolgen, Wenn wir alle Lichtbringer werden, dann gibt es auch keine Krisen mehr. Wenn wir alle Lichtbringer werden, dann gibt es auch keine Krisen mehr.